Und dann schreibe ich dann willkommen zu einem kleinen Commentary. In letzter Zeit wurde ich ja vor allem auf AskFM und mittlerweile ja auch ab und zu auf Twitter immer wieder Fragen zum selben Thema gefragt. Da habe ich mir mal gedacht, da bringe ich mal ein Commentary zu einem ganz anderen Thema. Heute soll es nämlich mal um Qualität bzw. Quantität auf YouTube gehen. Wahrscheinlich wissen schon die meisten, was das ist, aber trotzdem kann ich es ja nochmal kurz erklären. In letzter Zeit entstehen vor allem in der Let's Player Szene irgendwie so zwei Gruppen auf YouTube. Die eine Gruppe achtet vor allem auf Qualität, das heißt sie probiert möglichst unterhaltsame Videos zu machen, schneidet da auch ziemlich viele Special Effects oder irgendwelche witzige Szenen rein. Und die andere, die achtet halt nicht ganz so sehr auf die hohe Unterhaltung und macht sich vielleicht auch nicht ganz so viel Schnittarbeit, bringt dafür aber deutlich mehr Videos. Naja, die Vorteile der einzelnen Gruppen liegen eigentlich fast auf der Hand. Die Gruppe, die eher auf Qualität achtet, die bringt halt nicht ganz so viele Videos, dafür aber ultra krasse Videos. Das heißt, wenn da mal ein Video kommt, dann ist dieses Video auch unglaublich unterhaltsam und man muss sich meistens fast ein Ablachen. Das kann bei der anderen dann auch manchmal der Fall sein, aber da ist es halt dann oft nicht ganz so krass. Vor allem bei der anderen Gruppe ist natürlich, dass man sich als Zuschauer meistens sogar täglich auf ein Video freuen kann. Ich könnte an dieser Stelle ja mal ein paar Beispiele für die Leute, die sehr stark auf Qualität achten, wäre zum Beispiel der gute Bluren, der mir jetzt so spontan in den Sinn gekommen wäre. Ein prominenteres Beispiel wäre da zum Beispiel der gute Herr Bergmann, der seine Videos übrigens auch sehr cool produziert. Vielleicht denken sich jetzt manche, hey, Moment mal, der Herr Bergmann, der bringt doch zwei Videos am Tag, was soll denn da nicht quantitiv dran sein? Darauf kann ich nur antworten, nun ja, es ist ja so, der Herr Bergmann ist mittlerweile auch nicht mehr der allerkleinste YouTuber. Und der verdient mittlerweile über YouTube schon so viel Geld, dass er sich davon wahrscheinlich schon sein Leben finanzieren kann. Das ist generell auch gar keine schlechte Sache und wenn ich es jemandem gönne, dann den guten Herr Bergmann. Der ist mittlerweile einer meiner Lieblings-YouTuber geworden. Aber ich will auch gar nicht in irgendeine Fanboy-Gerede abschweifen, sondern weiterhin zum Thema zurückkommen. Ich selbst zähle mich so nicht wirklich zu den ultra hochqualitativen Lesplayern, aber auch nicht so wirklich zu den mega quantitativen Lesplayern. Aber trotzdem gehe ich in letzter Zeit immer mehr so ein bisschen in Richtung Qualität. Denn ich für meinen Teil finde es immer sehr schön, wenn man irgendwie so richtig tolle Videos hat, auf die man sich dann auch immer freuen kann und wo man dann wirklich auch immer mal ganz schön lachen muss, wenn man die anschaut. Denn ich persönlich finde es als Zuschauer toll, wenn man immer sich auf richtig schöne Videos freuen kann, die man dann auch wirklich weiß, dass sie immer gut gemacht sind. Und deswegen will ich das natürlich auch auf meinem Kanal vielleicht ein bisschen umsetzen. Ansonsten ist natürlich noch eure Meinung gefragt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, Quantität oder Qualität. Was findet ihr wichtiger auf YouTube? Eher täglich ein Video rausbringen, dass sich die Zuschauer täglich auf ein neues Video freuen können? Oder lieber nur alle zwei, drei Tage und dafür mal was ganz Tolles? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und ansonsten, das war es auch schon von diesem Commentary. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ansonsten halt nicht. Und dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Bis dann, bleibt schleimig und tschüss. Bis dann. 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 Untertitelung des ZDF, 2020